Hi Freunde! Willkommen zurück in Terraria mit den kleinen dummen Fledermäuschen und Skelettern und Bergarbeitern oder Bauarbeitern oder was weiß ich was der darstellen will Jo, wir buddeln grad doch ne Tee... äh ne, ja, ne Höhle Tiefe Höhle oder einfach nur ne Höhle, grad egal So, komm her Bauarbeiterchen, mach dich platt, du Arschi Mach mich nicht platt Ne, Anschlag und Todmacher Die nicht, die nicht Mystical Chlor, ruby, bad head Oder so, ja, ruby, bad head Help, help, better head, was hab ich immer mit meinem head Mann, bestimmt noch Habsthofen, ach, das hoch ich gar nicht ab Fogel Okay, muss aufpassen Hm, da können nichts was ablaufen lassen Oh, ist jetzt eh schon abgelaufen, also Ich will da hoch kommen Hm, 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 hm Geht einfach Ich geht einfach Ich geht einfach So So So, wir kommen da rüber Ja, gut Ui, 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 ui Schwacher Haltrank Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Könnte was sein Könnte eventuell was sein Ups Komm her, komm her Ach, nö, das ist ja wieder die Scheiße hier Da brauche ich jetzt keinen in der Fahre hinsetzen, die fliegt hier gleich wieder ab. Na, was sag ich denn, da liegt was. Da drüben sind ein paar Penner. Da kommt wieder was runter. Ich hasse die Scheiße. Mach jetzt mal andere... Ach, da komme ich jetzt nicht hin. Verdammt... Trum geht auch nix mehr oder? Warum? Gar mal wieder. Dass die sich immer von mir verstecken müssen? Ueuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Weiß ich denn, wie der Fr惜st Bestimmtsbilder Ummmars E慢ont intensiv Bombe. Hearthstone. Habe ich auch noch nie gesehen. So, gut. Bombe. Passt doch. Irgendwie. Das ist nur Stein. Münzen. So. Ach komm, ich mach dir die Arsch nicht. Oh. Hochgenial-Beatle. Was da auch immer zu sagen hat. Ja, ihr wisst schon, dass ich komm, oder? Sonst würdet ihr da nicht so wie ein paar Homos dranhängen. Gut. Robby-Head. Robby-Badhead. Come on, Baby. Du auch noch sterben willst? Ja, klar. Ach, du Arsch. Und jetzt kommt der Käff noch von hinten. Huh. What, Husk? Aber zu denken, ich glaub nicht hoch. Ähm, 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 oh. Oh. Komm, mach mir das komplett weg. So. Soll mir... Und... Puh, das ist fast fertig. Nein! Ich dachte schon, ich verübe jetzt wieder Selfshort. Eieieieiei. Müsst ihr mich immer so erschrecken. Mann. Äh, rum geht wieder was? Eieieiei. Ich glaube, ich geh jetzt demnächst hoch und nennen... Dann beende ich das Lapsplay. Neu, natürlich nicht. aber das ist doch echt echt, echt, echt paranoid hier oh nein, nein hopp, hopp, nein wuh, gerade noch gehalt oh, verfickte kacke hier alter pff ich muss mal aufschnaufen ich mach das gleich mal bis ich ihn größer weil der abhauen und ging nicht Mann was für eine Scheiße hier gibt's da auch noch was drum geht's wieder unter Wasserlabor nein, da gibt's nix da oben da gibt's was oh nein ich hasse euch ich hasse euch verrückt doch einfach, ihr dummen Dinger blöden, verblöden mischt Soi, und da kommt schon das nächste Schwein mhm, ok die eiern lieber da, um als Schlange zu mir hochzukommen sondern weg sein nein, nein oh man oh man pfuh ich kann bestimmt noch gleich der nächste der von mir irgendwas will was er nicht kriegt und deshalb macht er mich kalt mhm, hihihihihihihihi hehehe rarsch mhm, hm mhm soo da gibt's noch mehr, lied ein lied aber ich mach jetzt erstmal, oh man, fucken wie da perspectiv Zum Glück habe ich noch irgendwo Holz. Habe ich Holz? Nein, habe ich. Doch, da. So. Okay. Verdammt. 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 Tja, wollt ihr zu mir kommen, Pechart? Dürft nicht zu mir kommen. Wollt mich eh nur killen. Dann muss ich euch killen, auch wenn ich es nicht will. Also, ihr merkt, das ist gut für euch und gut für mich. Also, ihr wollt unbedingt stürmen. Das kann natürlich auch sein. So, gut. Hab alles. Was gibt's denn da drüben? Häh, noch mehr Höhlen. Und Gold. Und da oben ist auch noch der Höhle, ey. Höh, 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 höh. So. Dann gehen wir halt auch noch darüber. Höh, 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 höh. So, das ist Spaß aber. Hm, Kupfer. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. So. Hm, nein, ich glaube... Was ist denn da drin? Sieht aus wie Stein. Glaube ich mal. Hoffe ich mal. So, 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 so. Was haben wir da? Nix. Da unten. Gabbel. Nix. Nix und wieder nix. Hm, drüben ist irgendwas. Aber sonst gibt es hier nichts. Das ist wieder nur Dings da, wo man es auch schlagen will. Okay. Drüben gibt es auch noch Höhlen. Mann, 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 Mann. Ihr mit euren ganzen Höhlen die ganze Zeit hier. Höhle hier, Höhle da, Höhle überall. Jetzt gehe ich auch erst mal der Weile hoch. Hm, 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 hm. Höhle, hm, hm. Höhle, hm. Höhle, hm, hm, hm. Ach, ei, 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 ei. Egal wo man hinguckt, nur Höhlen. Naja, eigentlich soll's mir ja recht sein. Oh, und ein Herzchen. Das darf ich jetzt aber nicht benutzen. Erst wenn ich gutes Zeug hab, sonst hab ich jetzt gleich ein Herzlein benutzt. Ach, verdammt. Okay. Hab nichts gesagt. Ich bin ja nicht sicher da unten. Ich will aber da hoch. Mal gucken, wenigstens. Fehler kommt mir drauf. So. Da gibt's doch was. Oh, da ist der Stein. Sieht aus wie Stein. Da oben gibt's wieder eine Höhle. Ups. Hm. Und da kommt ein Tausenfüßer. Riesentausenfüßer. So riesig ist er aber auch nicht. Der hört sich größer an als er ist. Hm, 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 hm. Oh, wir müssen nicht da runterfliegen. Ups. Ah, doch, passt. So, okay. Und da gibt's noch ne Höhle. Oh, Mann. So, okay. Und da gibt's noch ne Höhle. So tief ist ja nicht. Oh, Mann, bin ich erschrocken. Das gibt's doch echt nicht, verfickte Scheiße hier. Mann! Woher soll ich wissen, dass da unter dem Schädel eine Bombe versteckt ist? Verdammt! Jetzt habe ich ein Herz gefunden und habe so... Das ist doch echt von Arsch hier. So, was habe ich denn gerne gehört? Genau, Hearthstone hatte ich auch. Da weiß es auch immer sein soll. Ich hatte richtig geiles Zeug und dann bunt mich da ein Schädel in die Luft. Verdammt! Verdammt, Scheiße. Was gibt's denn da drüben? Nichts. Da leuchtet's auch rot. Mann, das ist doch echt zum Kotzen. Wo steht meine Karte jetzt? Kann ich nicht mal drauf zugreifen, oder wie? Oh, Mann. Ach, egal. Ich guck jetzt noch kurz da hoch. Weil ich habe irgendwo gelesen, dass es auch... ...am Himmel irgendwas geben soll. Wobei jetzt Tustor ist, natürlich. Wer weiß, ob man da dann was findet. Hm, ich weiß ja nix. Ich brauch's nix. Da fliege ich einfach in die Luft, verdammt. Ich könnte ja eigentlich gucken, was da weiter drüben gibt. Da ist ein Sternchen. Kann ich nicht sammeln. Ich hätte ja sein können, dass... Ach, ich hatte ja auch ein Wiederbelebungsband. Wieso hat es mich nicht wiederbelebt? Vielleicht muss ich ja nur lang genug warten. Ei, ei, ei. Ich dachte gerade, das wäre ein Ozean, oder so. Hm, 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 hm. Hm. Was ist denn das für ein Kreis? Keine Ahnung. Oh, das kotzt mich jetzt aber an. Alle fünf Runden oder so kratz' ich ab. Wieso? Das gibt's doch nicht. Das erste Mal war ich ja selbst schuld. Aber das zweite Mal, da pumpt mich irgendein so ein scheißverblöder Schädel weg. Ich wusste nicht mal, dass der das kann. Da hat's doch irgendjemand auf mich abgesehen. Irgendjemand hat da eine Springfalle für mich versteckt und wusste genau, dass ich da reingehe. Und dann hat's Bumm gemacht und ich war weg. Was ist da jetzt? Keine Ahnung. Schon wieder Wasser. Und wieder was größeres Gewässer. Oh je. Jetzt ein bisschen Kupfer, jetzt. Da geht's in die Wüste hoch. Nicht drunter, sondern hoch. Ja, die Wüste ist immer auf dem größten Berg. Was gibt's denn da? Ach, da ist ein Loch im Hintergrund. Okay. Naja. So kann's gehen. Das regt mich jetzt aber auf, verdammt. Und zwar richtig. Ich dachte, äh, pfff, egal, weißt, doch scheißegal, was ich dachte. Ich bin abgekratzt, fertig. Was ist denn da los? Oh, da ist ein böses Ding. Ist das ein Viech mit Zähnen oder wie? So ganz aus. Hm, 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 hm. Ach, das ist das eine Gebiet da mit den dusseligen Fiechern. Da wird's wieder ein bisschen Lied. Kupfer. Da geht's ein weiteres runter. Und da geht's noch weiter runter. Eieieieiei. Da geht's so rotes Zeug. Und da auch. Und da gibt's Kupfer. Und da geht's so auch rotes Zeug. Na dann. Über all so hohes Zeug. Wieso bin ich nicht hochgegangen, wo ich's mir noch überlegt hab, ob ich weiter soll oder ob ich hochgehe. Dann hätte ich wenigstens den meisten Scheiß noch. Das mach ich nächstes Mal. Ich geh einfach hoch. Sobald ich irgendwas gefunden hab, geh ich hoch. Ich weiß nicht, ob dann eine Folge von 20 Minuten die ganze Zeit nur hoch und runter gedüse ist oder nicht. Wenigstens hab ich denn den ganzen Scheiß noch. Wow, wie groß ist die Welt eigentlich? Komme ich da nicht in die Karte rein? Verdammt. Uiuiuiuiuiuiuiui. Jetzt sind wir im Dschungel oder wie? Gut zu wissen, dass ich nach links in den Dschungel muss. Aber wieso muss da so ein riesen Abgrund sein, verdammt? Naja, so ist es nun mal. Da denkt man, man kratzt mal nicht ab. Man guckt sogar, dass man nicht zu tief runterhüpft und dann macht's BUM! Man erschrickt zu Tode, man hat einen verschiedenen Herzinfarkt und man ist tot. Oh, da ist eine schöne Truhe. Naja, gut Freunde, ich glaub, ich hab keinen Bock, weil er da nach links zu gehen. Das nimmt eh kein Ende hier. Ich weiß nicht, wie weit das noch weiter geht, ich hab keine Karte, keine große. Nur die kleine Minimap, da könnte ich vielleicht auch mal rauszoomen. Ähm, ja, keine Ahnung. Das könnte also noch eine Weile darüber gehen. Aber, ich glaub, das war's dann jetzt für heute auch. Und, ja. Bis zum nächsten Mal dann. Und zwar übermorgen. Tschüss! Tschüss!